Das Thema im Trainingslager der Nationalmannschaft. Manuel Neuer sehr lange verletzt und nun zurück als Stammtorwart. Vom Bundestrainer Joachim Löw bekommt der Kapitän eine Einsatzgarantie, sofern seine Fitness stimmt. Wieder muss Löw Gesundheitsfragen beantworten. Bei der heutigen Sprechstunde bestätigt er, dass der ehemalige bayerische Patient Manuel Neuer nur als Nummer 1 zur WM fährt. Ja, das denke ich schon. Das war der Manuel bislang immer. Und wenn wir uns entscheiden, ihn dann auch mitzunehmen, wird er sicherlich spielen. Als Reservetorwart wird Löw den Kapitän also nicht mitnehmen. Neuer arbeitet hart an seinem Comeback und hinterlässt einen starken Eindruck. Im Moment überhaupt keine Probleme. Er war, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen nochmal beim Kernspint hier in Bozen. Die Ergebnisse sind alle hervorragend. Er hat überhaupt keine Beschwerden. Er kann alles tun und alles machen. Er kann hoch belasten. Die nächsten Tage müssen zeigen, ob sein Fuß die Dauerbelastung aushält. Ein Restrisiko bleibt nach der langen Verletzungspause.